hallo liebe leute und willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft so wir haben in der letzten folge jetzt ordentlich was weggebuddelt also mein lieber shoddy hier kann man das schon sehen ich habe eigentlich geplant dass ich ein bisschen mehr freischaufeln aber ich werde mich mit dem hier begnügen was wir hier haben und dann werde ich wie in der letzten folge beschrieben oder erklärt werde ich jetzt so über den schlucht über der schlucht halt mal versuchen so ein base zu bauen so eine provisorische muss nicht nach was aussehen aber es muss auf jeden fall stimmig sein es muss funktionell sein ja ich werde trotzdem glas holen damit ich halt seitlich auch ein bisschen was erkennen kann ich möchte es nicht so komplett eingeschlossen und umbauert sein nur von cobblestones und ein oder zwei blöcke jeweils freilassen als fenster ersatz möchte ich auch nicht weil wir schalten ja dann die zombies wieder an die monster wieder ein und da habe ich es nicht unbedingt so bock drauf dass wir da halt so zwischen diesen provisorischen fenstern da reinkommen also nö das mache ich nicht deswegen klettern wir uns gleich raus wie heißen das jetzt also immer noch dieselbe aufnahmesession wie in der letzten folge das heißt wir mittlerweile viertel nachts in der nacht vom neunten auf den zehnten november und ja ich warte immer noch bis mein käsekuchen fertig ist und so lange nehme ich hier ein oder zwei folgen auf ich könnte natürlich schlauerweise weil ich nicht mehr wirklich imstande bin vernünftig aufzunehmen irgendwelche streams angucken oder irgendwelche let's plays ist ja nicht so dass es dann nichts mehr gibt aber ich habe mir gedacht pass auf nö ich kann bock drauf aus zu gründen nein weil ich ganz einfach bock habe zu zocken warum muss man kann man ganz ehrlich sein also ich habe einfach bock zu zocken und deswegen zocke ich jetzt auch und wie in der letzten folge auch erklärt das hier ist jetzt alles nicht so sonderlich spannend aber ist der grundbaustein für viele weitere schritte ja das haben wir schon einige folgen hier nur gebuddelt ich hoffe ich habe diese folgen bisher jetzt halbwegs gut mit irgendwelchen themen füllen können halbwegs interessanten themen wobei sowieso shadow wolf einer der wenigen beziehungsweise einer der einzigen ist sie überhaupt noch kommentieren ist natürlich schade dass nicht mehr sind aber umso mehr freue ich mich dass der liebe shadow wolf guck mal ich bin voll aber das machen wir noch umso mehr freut es mich dass der liebe shadow wolf mich immer wieder aufs neue mit irgendwelchen kommentaren auch wenn er mich sich manchmal ein bisschen über mich lustig macht glaube ich ja aber ist ja nicht so dass ich ihn keine vorlagen dafür biete gelle also ich bin jetzt nicht dafür bekannt dass ich jetzt hier die geschickteste person unter den ganzen espermen bin sag mal ist das eine kuh die ganze zeit da oben auf dem podest steht das ist doch muss ich sagen ist interessant und irgendwie habe ich jetzt gedacht dass ich jetzt ein ein bisschen weiter kommen hier aber irgendwie nur einmal kurz gucken so die schlucht geht da hinten auf jeden fall lang aber kann ich nicht buddeln und hier möchte ich ehrlich gesagt auch nicht weiter großartig buddeln also werden hier groß räumlich haben wir frei gemacht alter also doch ein bisschen weniger als geplant und erwartet aber immer noch mehr als genug um da halt seine base zu bauen aber wir müssen jetzt erst so zurück ich kann nicht mehr reden es ist natürlich sehr suboptimal so zum zeitpunkt dieser aufnahme nein zum zeitpunkt dieser ausstrahlung genau müsste ich ja schon mit in justice 1 begonnen haben und so wie ich mich kenne wenn ich immer schon mal dran bin werde ich ich habe keine freien hände mehr für eier tut mir leid sorry ich jetzt habe ich wieder vergessen was ich sagen wollte also kann nichts wichtiges gewesen sein wenn man es so schnell wieder vergisst aber ich habe mir kaum wehgetan der knöchel ist nur ein bisschen gebrochen das geht ich habe noch ein anderer knöchel also immer mit der ruhe was wollte ich hier eigentlich noch mal ich komme einfach hin so noch schon wie fall so die monster sind immer noch ausgeschaltet was bedeutet was bedeutet das denn das jetzt hier ist unsere ruhe haben will es ist schon interessant muss ich sagen machen wir mal hier sieht das schön aus ja mach mal so markant und hat auch nicht jeder was ich immer machen wollte eigentlich ursprünglich ist ich wollte hier mal ein bisschen mehr style reinbringen so ein bisschen mehr ein bisschen mehr steil reinbringen aber wie mache ich das ohne dass es komplett scheiße aussieht ich habe eine idee aber dazu muss ich jetzt erstmal meine und das ruckelt schon wieder aber ist ja nicht schlimm weil mir ist da auch noch sehr die buchung eingefallen bei live in so kurz mit seinem 10 fps haus da hat sie auch kein schwein gejuckt gelle also deswegen würde ich sagen amativ räuspern so gehen wir mal gucken so ich glaube nicht dass es jetzt schon dass ich jetzt schon die monster hier versammelt haben was haben wir denn hier wo ist dunkel ne so wir haben einmal so ein gesellen hier ist ein skelett sieht aus wie ein skelett 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 creeper hm also viel ist das nicht naja egal lalalala 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 so ich wollte mal gucken das sieht natürlich kacke aus ne es sieht natürlich doof aus jetzt hier und es ist ein bisschen dunkel auch Nutzbaumaterial was haben wir denn hier haben wir hier jawohl Bruchsteintreppen haben wir Bruchsteintreppen hm hm Bruchsteintreppen so dann schauen wir mal ob wir hier ein bisschen was ändern können weil das hier sieht einfach nur eh aus dieser Mist hier was ist was ist wenn wir jetzt zum Beispiel ach da sind Steinziegeltreppen das ist natürlich doof ja gut pass auf wenn wir die brauchen dann müssen wir jetzt erstmal ok dann machen wir das später ach ja ich wollte mal ein bisschen was schönes machen aber nö geht ja wieder nicht ist ja wieder nicht richtig hier so was haben wir hier Kohle ich weiß gar nicht was hier so Stein Kohle und hier ist nichts hier ist nichts Bruchstein und machen wir mal hier ein bisschen Kohle Skabadusche ich kenne mich hier mit diesem Text Schöppel gar nicht aus ey so Ton brauche ich nicht das brauche ich auch nicht wir können 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und was ist das? Eisenbahn auch so und äh Bruchstein und hier ist oh Gold hm jetzt habe ich keinen Bruchstein mehr ja gut 4 so ich glaube ich geht schlafen hallo habe ich schon das Summleer gemacht hier wir sind diesen Monster ne will ich das überhaupt boah sieht das genial aus Alter Alter sieht das doch ich habe hier den Summleer gemacht nein ich habe keine Summleer gemacht ich habe den Screenshot gemacht oh mein Gott ey ich glaube nach dieser Folge mache ich aber auch wirklich Pause dann dümpel ich nur so ein bisschen vor YouTube rum und warte bis der Kuchen fertig ist damit ich endlich ins Bett gehen kann ich bin so müde so müde so müde ich kann nicht mehr so dann schauen wir ganz einfach mal frohen Mutes in die Monster falle und ich bin froh dass es nicht ruckelt ach du Schöne nein hier ist wieder so ein Golem ja wahrscheinlich guck mal so viele tolle Monster und ich muss mit diesem Golem hier ne das ist kein Golem ne bist du ein Golem? hallo? hallo kannst du dich mal umdrehen? das ist ein Golem ist ein Golem oh 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 komm schon alter ja ich habe ihn oha so Frage ist ich könnte ja theoretisch alle killen außer ihnen funktioniert das? boah ich habe gar keine Ahnung pass mal auf Optionen Grafikeinstellung ich mach mal die Shader aus ja ich mach die Shader mal aus den Spaß gönnen wir uns jetzt ähm Shader aus hallo? hallo? natürlich fertig fertig und zurück jetzt sieht er schon viel 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 heller aus und ich habe trotzdem Angst hallo? alter das wäre mega wenn ich jetzt hier alle kriegen würde und diesen Golem ich weiß nicht macht der alles kaputt? ich traue mich nicht hallo? oh mein Gott also den werde ich definitiv zuletzt und wenn er dann wieder alles in die Luft jagt ja mein Gott dann wir haben einen roten Creeper? ah ne ups witzig so den möchte ich nicht zu nahe kommen ich weiß nicht möchte ich dem zu nahe kommen warum ist hier überhaupt noch was ausschaut? hallo? ouch ähm hörst du mal auf zu hauen? weißt du was ich glaube ich möchte einfach mit schöner Keramik alter hab ich mich verjagt du scheißvieh ey so alter bist du hässlich ey wieso kommst du ja nicht einfach hoch? ich will den Typen da hinten nicht kennen hallo? äh ja oder so hallo au hh ne ähm ähm hhh okay Optionen oh scheiße friedlich Friedlich. Ja, zurück zum Spiel. Aus. Aufhören. Nicht brennen. Nicht brennen. Aus. Oh, aber diesmal die ganzen Redstones habe ich behalten. Und die Sticky Pistons sind natürlich... Autsch. So, zwei Sticky Pistons sind... Ja. Ne? Futsch. Ist ja nicht so schlimm. Ist doch Quatsch. Ist doch gelogen. Einer ist Futsch. Oder ist der einfach nur runtergefallen? Kann ich mal gucken? Nö. Ist... Oder was? Ist der hier irgendwo? Ah ja. Okay. Ich gucke. Nö. Gut. Das war eine sehr erfolgreiche... Ne? Und so. Ich will nicht mehr. Ich mache uns jetzt Feierabend. Liebe Leute, ich bin durch. Wir haben halb drei. Ich will nicht mehr. Lalalala. So, wir haben uns aber trotzdem einiges an Erfahrungen gesammelt. Gelle? Ich sehe jetzt auch nicht zu verachten. Gut. Also, Bergen. Ähm... Monstervolle. Ade. Stört mich hier ein bisschen, ne? Ziemlich viel an Glowstones. Aber wenn ich das jetzt hier so sehe... Warte mal. Hm, ne, okay. Wenn mir das hier schon zu viel ist, ne? Wie sieht denn dann meine Dings aus? Oh, um Himmels Willen. Alter. Zum Glück gar nicht übertrieben mit den Glowstones. Würde ich jetzt wahrscheinlich auch anders machen. Also, ich fand Glowstones mega nice. Aber jetzt... Weiß ich nicht. Und hier ist schon wieder kein Bild. Das haben wir hier ein tolles Bild. Und hier... Oh, okay. Gut, liebe Leute, pass auf. Ich stelle mich jetzt hier hin. Nein, ich stelle mich nicht hier hin. Oder doch, warte. Pass auf. Ich mache das anders. Lalalala. Geh weg, du komischer Hebel. Lalalala. So, wie verabschiede ich mich denn? Mache ich das so? Jupp. Oder drehe ich mich komplett um? Ich würde sagen, ich drehe mich komplett um. Das sieht schön aus. So, liebe Leute, passt auf. Ich bin raus hier. Erstmal. Es ist mir ein bisschen zu spät. Ich merke die Konzentration. Sie lässt schon ein bisschen nach. Und, ähm... Naja, mehr als Kram und so weiter. Dazu bin ich auch nicht imstande. Ich würde sagen, ich bin hier raus. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Und bis dahin, beischmäßiger Musik. Alles Liebe und alles Gute. Tschüss.